ha 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 heute das robert götz martuschewski dahinten der ältere sympathische mann dann ist der digitale konist ja und freunde erst boten dann sporten würde ich mal sagen sekunde sicherheit sicherheit geht vor ja jetzt klingt macht mir nicht dabei Soll ich Ihnen die Flasche abnehmen? Ja, ich bin hier nämlich auch noch Assistant, Assistant, Assistent hier, der Managerin, ja, Managerin Petra, ja, äh, so, da ist er, Freunde, ich bin Robert Götz, Matuschewski, ich bin der, äh, hier, 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 Facility Manager im Deutschen Bundestag, aber wie ihr uns schwer erkennen könnt, ich zeig's nochmal kurz, obacht, 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 ich bin nicht im Bundestag, ich bin unsere Rode, zack, ja, ich bin, äh, wir sind gerade hier auf einer Tour, ja, ja, es ging los in Berlin, ja, in Berlin, hier mit, äh, digitaler Chronist Petra und Martina und Anna und, äh, Bruno, Kevin und Jerome sind da doch zu Hause geblieben. Wir haben ein Zuschauertreffen gemacht in Hamburg, das ist jetzt, er liegt hinter uns, das ist Vergangenheit, schwecken wir nicht in der Vergangenheit, es war sehr schön, vielen Dank für viele, die dabei waren, ich war auch da, aber ich war im Hintergrund, ja, äh, the shadow man im Hintergrund, aber kontrollieren, ob sie einen überwachen ist meine große Stärke, ich habe kontrolliert, ob sie einen überwachen und kann sagen, es waren sehr viele tolle, gute Menschen und Menschen in den da, nein, es waren nur Menschen und danach ging es flugs weiter nach Hannover, ja, wir waren in einem ganz tollen Hotel, die kein Bargeld akzeptieren, ja, da gehen wir nicht da hin, äh, nein, da gehen wir natürlich nur noch hin, ja, Name folgt noch, werde ich noch veröffentlichen, wie ist das Ding nochmal? Ja, Preishotel, 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 ja, kein Bargeld, voilà, auf in die Zukunft, schön, und, äh, ja, dann waren wir in Hannover, ja, wir hatten jeweils so 70, 80 tolle Menschen, die da waren, und Hannover war, also auch irren tolles Wetter, ich sage immer, wenn Engel reisen, ja, also wie ich immer so schön zu sagen pflege, ja, also wenn Engel reisen, schönes Wetter, tolle Menschen, und, äh, ja, Kevin war schon ein wenig traurig, weil nämlich Christopher Street Day in Hannover war. Wirklich war, ja. Und die Polizei hat sich schön Schwuppenfahne ans Auto gemacht. Ja, war Alhamdulillah. Ja, und jetzt geht es Richtung Köln. Köln? Köln? Köln-Alarve. Ja, wir haben jetzt nur noch, ich würde mal sagen, so 100 Kilometer, aber wenn ihr das Video seht, ist das alles schon in Vergangenheit. Schnee von gestern. Aber trotzdem wollte ich mal zwischendurch senden. Es ist einiges passiert, unter anderem hat die Staatsanwältin, Freundschaft, die gegen den Prof. Dr. Bhakti gedingst hat da. Die hat jetzt Berufung eingelegt. Herr Bhakti, Herr Prof. Dr. Bhakti, Sie sind leider auf dem rechten Weg und rechtsstaatlich. Wir kriegen Sie noch ran. Ja, ich bin dafür 15 Jahre Gefängnis. Ja, und die Frank- und der Allgemeine Zeitung, FAZ, hat auch einen Kommentar geschrieben. Oh, hier der Schwurbler und, na ganz schlimm, ja, ganz toll, ganz toll. Und die Annette Krahane hat gesagt, jeder der Querdenker und überhaupt ist auch Antisemit. Logisch. Freunde, kann so einfach sein. Ja, wirklich mal. Also es ist viel passiert, aber wir wollen es jetzt mal dabei belastet. Sollte nochmal so ein kleiner Zwischendurch Gruß sein von der Autobahn. Petra heizt, ja, aber sie fährt nicht schneller, aber sie heizt. Sehr warm hier. Aber es ist auch ein sehr hochmotorisiertes Fahrzeug. Es ist ein Ford. Wir fahren Ford, ja. Wir fahren auch Ford. Also wir fahren von da nach da fort, aber wir fahren auch Ford. Egal. So, war nochmal so ein kleiner Gruß. Ich finde, seht ihr da hinten, wie fleißig der digitale Chronist ist. Herr digitaler Chronist, Sie können den Zuschauer mal zufinken. Ein Handgruß vielleicht. Oh, er bereitet eine Direktübertragung vor. Ja, wir machen jeden Tag Direktübertragung. Oh, mit dem Cloud ist farbig ja. Eigentlich nett, aber auch auf dem rechten Weg. Ja, also ihr seht, Tatkraft, 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 äh, zweieinhalb, dreitausend Kilometer und so rot. Und, äh, tolle Menschen. Tolle Menschen. Ja. Schön. Also, das war nur ein kleiner Zwischendurch, eine kleine Zwischendurch-Brichterstattung, weil es gibt einige behaupten, ich wäre gar nicht mit dabei. Ich bin dabei. Hahaha. Macht das gut. Nicht vergessen, wenn ihr gerade krank seid, werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch. Grüße von Bruno, Kevin, Jerome von... Petra. Und? Und? Und Martina und natürlich von mir. Und, äh, ja, wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. Es grüßt euch der Robby. Tschüss geht's. Ja, 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 das ist schön. Ja, 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 ja. Ah, ich muss noch ein bisschen Obacht geben mit den Nummernschildern, aber ihr seht, wir sind ja gut. Macht das gut. Tschüss geht's.